Warte mal... Das haben wir schon aufgemacht... Ok, dann sind wir hier richtig... Hä? Die Frage ist nur, wo müssen wir jetzt hin? Warte mal kurz gucken... Ach... Finde Grace fehlende Zeichnung... Fehlende Zeichnung, ja super... Da waren wir ja schon... Wo kann die denn sein... Grace... Da haben wir ja schon alles nach... geschaut... Hä? Achso, warte mal... Ähm... So, jetzt müssen wir noch mal entriegeln hier... Das ist sie ja, ne? Pirate... Guck mal, da haben wir doch gefunden... Ja, das ist eine Entriegeln hier... Das ist eine Entriegeln hier... Ja, das ist ein Entriegeln hier... Ich bin mir nicht sicher... Ob wir das schon in der letzten Folge... Oder über... Letzten Folge... Schon gehabt haben... Weil wie gesagt, in der letzten Folge... Ist mir halt die PS5 abgestürzt... Und ich musste alles nochmal machen... Okay, wir haben die letzte... Ich denke... Die Zeichnung... Aber die Frage ist jetzt... Wo müssen wir hin? Okay... Was nun? Müssen wir jetzt da hin, oder...? Okay, das heißt, wir sind hier richtig... Wollen wir mal da nachschauen... Nee, waren wir auch noch nicht, oder? War das was? Auch nix besonderes... Foto... Okay, was erwartet uns jetzt? Na gut... Lese die Schrift an der Wand... Wasche Verhängung... Kurze... Ich recognize diese Sicht... Ich weiß, dass die Nummer... Wo ist das? Ich habe das gemacht... Ich habe das gemacht... Ich habe das geschrieben... 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 Kann es sein, dass das die Nummer ist... 1... 9... 6... Oh bitte... I carry it with me. This is where my coffee is hidden my favorite young. It's very important. This is where my coffee is hidden. Or 1, 9, 6. 1, 9, 6. 1, 9, 6. 1, 9, 6. Oh man ey. Dat is blöd. L.A. Ah, hier warte mal. Da ist die richtige Nummer 1, 9, 6. L.A. Oder die letzten Ziffern. 1, 9, 6. 6, 9, 2. Vielleicht. 6, 9, 2. Warte mal. 6, 6, 7, 1, 2. 3, 4, 5, 5, 5, 6. Warte mal. 6, 9, 2. Auch nicht. Das war's. Da kann ich jetzt oft genug gehen. Ich habe irgendwas übersehen. Da ist keine Nummer. Da auch nicht. Das kann doch eigentlich nur das sein hier. Oder? 6, 9, 2, 6, 9, 2. Auch nicht. Oder 1, 6, 9. 1, 6, 9. Auch nicht. 1, 6, 9, 1. 2, 6, 9, 1. 2, 6, 9, 1. 2, 6, 9, 2. 2, 9, 1. 2, 9, 1. 2, 9, 1. 2, 9, 1. 2, 9, 1. 2, 10, 2. 4, 10, 1. 2, 11, 2. 4, 11, 2. Ahhhh 7 6 2 Das kann doch nicht sein. Oder die 196, oder nicht? Das ist doch die 692, oder nicht? Neig! Geh doch auf das Ding, ey! Hmm. Zex. Zex. Sorry, Zex. 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 Ich versuch das so lange. Zex. Zex. Meine Fresse, ey. Eine Münze aus der Zeit Spanische Koloniva Hinweis Das war's für mich, Jeremy. Für mich ist es ein Mann, Du musst auch die Frau suchen. Es ist immer so, die Kinder zu uns. Du solltest mir sehen, in meinem Raum. Es ist ein Stück der Puzzle, die du brauchen. Beg mir jetzt. Ich habe einen Koffer. Wie lange habe ich hier? Okay, wir müssen noch zu McAfee's Zimmer. Mal schnell safe machen. Sicher, sicher. Okay, McAfee's Zimmer. Ich bin mir nicht sicher. Gucken wir noch mal da. Ob wir es übersehen haben. Ich will ja nichts verpassen oder sowas. Also bin ich hier richtig. Da ist ja was. Moment der Klarheit. Ich glaube, ich glaube, dass dieser Ort mir schlimmer macht. Dass Dersetto sein könnte mein Grave sein. Ein Koffer aus einer ostentatischen Architektur. Ein Taj Mahal für die Drunken Deep Rest. Ich glaube, ich glaube, es ist nicht so, dass Dersetto ist. Ich glaube, es ist so, dass Dr. Gray nicht so, dass wir alle sagen, dass wir hier zu werden, wenn in fact wir hier zu werden, dass wir hier zu vergessen sind. Nichts zu finden, da ist noch was. Da ist ja was. Da ist sie ja. Das fällende Bild. Oh Mann, ich habe jetzt zu nahe, voll Ahnung. Was heißt, was ist voll Ahnung? Vor Ahnung. Entweder wir werden jetzt gleich wieder gejagt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, können wir nicht durch. Vorher gehen wir nochmal da rein. War ja klar. Mal also nachladen hier. Mal noch was trinken. Was ist da passiert hier? Da sind wir wieder im Sumpf. Na gut, das ist wichtig. Wir sind doch zu Hause. Aber erstmal hier verknopfen, wa? Eine Munition vergolden. Oder ist das besser? Junge, Junge. War das auch nachts, oder? Mal hoch hier. Was ist das denn? Was sind das denn hier? Nehmen die noch? Weg hier. Wo lang? Was ist das denn hier? Bin nur mit. Jawoll. So, rein hier. Oh. Jetzt wäre nichts passiert. Ach, rein hier. Ach ja, da ist es ja. Ja. Okay, das kann man jetzt mal drehen, was? Also das muss. Das sieht schon voll gut aus. Okay, da müssen zwei sein. Das kommt da hin. Ach nein. Nein. Honig. Das sieht auch richtig aus. Gucken. So, Honig. Das ist so. Oh, nicht. Oh, nicht. Ach, das muss jetzt eins sein. Das hier dahin. Das muss dahin. Ist das auch richtig, oder nicht? Ach so, das muss... So, um... Huh? What? What do you think that's best for us to solve a problem? I don't know.